Weißt du, TV-Station wird jetzt was? Ja, ja. Klar. War bisher immer erfolgreich. Wir landen bei der Hauptstation von der TV-Station. Ist das ein Call oder ist das ein Call? Landen wir oben drauf? Ja, ja, wir landen oben drauf. Ja. Ich bin getroffen. Oh Gott! Ist einer down oder was? Ich hab einer da. Oh, scheiße. Ach, jo. So, ab ins Kulak. Dave, stream Sniper. Ich kann nicht mehr retten. Ist auch schwierig. Alter, wie man hier reingeworfen wird. Ihr seid auch tot. Ja. Geil. Konnte aber einkillen. Egal, wir können hier sagen. So. Ich konnte auch dazu. Hold. Easy. Ich bin entlassen. So. Nächster Einsatz, ne? Absolutiv. 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 Ich bin grad am gucken. Wo können wir denn hin? Lass mal hier. Hey, der hat mich gewonkartet, ne? Das macht gar keinen Sinn, bro. Mein Leben. Ich glaube, hier war schon einer. Hier ist einer. Da ist einer. Der ist ja nicht so gut genug. Oh, können. Das ist eine normale Pistole, ey. Ey, stimmt's. Boah, das wollte ich noch machen. Ich höre die Steps von den Gegners. Komm. Halt ein MG wieder. Ich kann reagieren wie eine alte Oma. Wenn ihr die Schnauzen aufmacht, höre ich nix. Alle leise. Nice, hier ist ne Waffe. Oh leu, hier hat irgendwer grad ne Claymore platziert. Das bin ich gewesen. Nice. Aber bei mir halt. Hä, hier ist ne Drohne. Ist die böse? Irgendwo, irgendwo. Schnauzen, irgendwo. Richtung Westen. Oh leu, der macht Rocket Launcher. Hä, ich will ja meine scheiß Waffe. Das ist der beste Spieler der Welt. Oh Gott, das war ich. Ey. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Kommt die ganze Zeit ne Drohne oder so? Jungs, der ist so low. Okay, der ist low. Ey, mit der Waffe hab ich noch nie geballert. Ich seh den nicht. Ich hab Angst. Ey, der ist doch auf einem Map markiert. Ja, ja, aber ich hab... Bei mir ist einer im Haus. Okay, ich komm zu dir. Glaube ich, glaube ich. Ich hab ne Tür gehört. Auch normales Holzknarren gewesen sein. Immer auf die Tür. Gas. Amar, was ist bei dir? Ich bin noch tot. Nice. Ihr braucht Cashmash. Ja. Er schießt durchs Holz. Klar. Bruh. Grappel mal zu dir. Du musst aufstehen. Man kann also durch das Holz durchschießen vom Dach. So, wir müssen jetzt ein bisschen in Bewegung bleiben. Ja. Boah, du Scheiße. Da ist einer. Er ist drin, er ist drin, er ist drin. Guck rechts. Was warst du? Er hat Radar, ne? Denk dran. Oh. Aber ich glaube, er ist allein. Nee, ich... Das waren zwei. Das Gas nähert sich dir. Oh. Das war Ehre. Erst gemacht. Ich hab mich selbst gegast. Der Gas. Wo ist der Hund? Ist das wohl für gut? Übel, oh einer. Oh, ich hab keine Moni mehr. Fuck. Wo denn? Wo? Da, wo ich gemarkt hab. Ja, ja, ja. Hab einen. Echt? Aber nur einen. Da ist noch jemand. Ich hab noch 40 Schuss. Einer ist hier in der Hütte. Hat er oben. Wo? Wo? Ach Mann. Ja, es ist quasi a mate. Natürlich finished. Du bist von deinem Team übrig. Bring es zu Ende. Totgen raus. True. Jo. Fuck's sake. Ey, man hört dir mal kurz, ne? Was die sagen. Oder? Man hört dir mal kurz so, fuck's sake. Diese Kacknoobs. So. Die Taktikmaske mit. Ja. Die was? Die Gasmaske. Ja, die muss ich drauf geben. Genau. Klar, Junge. Äh, was nehm ich hier noch mit? Nö. Ansonsten. Ich hätte gern... Was ist das hier? Ist das ne nice AR? Ist geil, ja. Okay. Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. So, Marcel. Äh, man geht mal in den Shop. Ich hab nicht genug Geld. Du hast nicht genug Geld. Ja. Ich brauche medizinische Versorgung. Ich hab nicht genug Geld. Ja, ich müsste doch Geld haben. Stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt. Oh, vereinfacht du Geld. Was ist das hier? Schlangenruf. Ey. Was ist das? Das ist ein riesiges MG. Das gefällt mir nicht. Okay, dann geh ich jetzt da deine 300 Meter, ey. Wallah. Auf Berg. What? Ja, das ist nicht cool. Ist das? Geh drüben, hilf mir hoch. Jetzt ist das nächste. Hier drüben, hilf mir hoch. Let. Na gut, dann klettern wir jetzt ein bisschen. Kann man hier klettern? Wie geht das? Nee. Das ist auch manchmal so schlecht, wenn die Zone kommt und du musst da hoch. Du kommst halt einfach nicht hoch. Ja. Das hatte ich ja gerade gehabt in dem Game davor, wo wir da am Hügel gestorben sind. Ich bin nicht hochgekommen. Von oben werfen einfach Steine runter. Das hast du meiner da vorne, deiner Freundin erzählt, wo du nicht hochkommst. Schatz, was sagst du dazu? Ja, ich komm da nicht hoch. Doch, 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 spring drauf. Da kannst du drauf. Lacht nur. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu interpretieren soll. Ey. Ey. Max kommt auch nicht hoch. Feindliche Drohne, geil. Jo, Max, das ist so eine Berg-Tiege, die so an den Klippen drauf springt. Ja, man, Fügel. Ja, ihr lacht, aber ihr seid tot. Markiert mir lieber was nice. Oh, ein Heli. Hier ist ein Heli, Alter. Den hol ich mal. Machst wie ich gestern. Kamikaze-Heli. Ne, vorgestern. Und damit kommst du den Berg hoch. Ich hoffe. Alter, hier ist auch noch Cash, ne? Du könntest hier erstmal looten und dann hoch. Ja, aber hier wurde übel viel geballert. Das war aber nicht bei dir. Ja, aber hier. Position wird markiert. Das ist ganz weit weg. Du hast recht. Wallah. So, dann loote ich. Zack. Oh, das ist Cash. Ich find's auch nice, dass man nicht, also, selten. Was, Trainingslager? Ein Haufen von Geld? Ja, da hinten ist Geld. Kannst du mir ein Heli überziehen. Scheiße! Ja, Alter, stark. Okay, aber ich hab zwar zweimal gut drauf. Wow. Der hatte, glaub ich, volle Platten, Alter. Ah, das Auto-Aim kickt manchmal nicht, ne? Nicht, war drauf. Controller nicht richtig eingeschlossen. Schade. Ach, Mann, ich bin so blöd, jetzt bin ich wieder geliebt. Ich bin... Ach. Ich hätt ne Heli nehmen sollen und euch wiederbleiben. Ja. Readyplay. Den Kek nochmal einladen. Was? Schon wieder? Ich leb immer aus Reflex. Alter, hör doch auf! Oder bleibs nächstes Mal draußen. Tut mir doch leid. Warum? Wie verlasse ich ein Lobby? Äh, die Queue. Wie verlasse ich die Queue? Zurück. Nein. Nicht Lobby verlassen. Einfach einmal zurück. Queue. Doch, doch, Lobby verlassen ist... Dings. Ach so. Ah, die Lobby. Okay. Hm. Bisschen umschrieben. Hm. So. So. Dann wieder rein. Ich würd sagen, wir gehen mal nicht zur TV-Station. Ja, irgendwie bringt die... Die bringt kein Glück, ne? Ups. Ne. Also, alle guten Ding ist es rein. Wir haben da jetzt dreimal reingekackt. Unehre. Ja. Definitiv. Hoppala. Hm. Holt's? Alter, ich muss mir gleich was für Trinkt holen. Oh. Alter, der Banta. Ich glaub, ich zieh mein Pullover aus. Was meint ihr? Sexy. Aber on-stream, ne? Hast du was drunter? Nein. Geil. Sieh aus. Ich stimme, es gibt Menschen, die haben Pullover, aber nichts drunter, ne? Hm. Es ist doch normal, oder? Hä? Ich hab immer was unter dem Pulli. Siehst du? Siehst du? Echt? Ja, ja. Hä? Klar. Nee, nie was unter dem Pulli. Boah, Bruder. Verstehen die die Devise jetzt hier nicht? Nicht mal Feinripp-Unterhemd? Nee. Feinripp-Unterhemd? Nein, du warst nicht. So ein, so ein. Also ich ziehe mein Pullover. Das ist jetzt noch mit ein paar Flecken drauf. Oh, ich hab mal hier noch was zu trinken. Ich dabei. So, ist es wie in der Warteschlange? Ja, ja, ist doch dein Spiel. Ich seh's grad. Ja. Ich hab mir extra wegen deinem Pancake-Rezept fucking Sprudel gekauft. Ich kauf nie Sprudel, ne? Und jetzt steht das da seit einer Woche, weil ich keine Pancakes mache. Eine Woche? Drei Wochen. Ach, was für drei Wochen hast du besochen? Ich verlasse einfach diesen Raum. Eine, zwei Wochen. Ich verlasse einfach diesen Raum, es sind zehn Grad kälter. So. Waren wir gar nicht da, oder was? Ich glaub, das Glocken ausziehen, das ist auch wieder eine gute Mechanik. Am besten auch so uns, die so Fuß hoch halten. Klinge holen, damit niemand was sieht. Ja, natürlich. So. Ich dachte schon, warum kein Reply. Ich hab grad gesagt, ich hab mir extra Sprudel gekauft, wegen deinem Pancake-Rezept. Aber das steht jetzt schon drei Wochen da, weil ich meine Eilen verfault war. Alter, bist du froh? Du musst Pancakes direkt reinhauen. Morgen, heute hab ich Raps gemacht. Das ist auch geil. Selfmade, Raps ist besser. So. Abfahrt. Bekomm ich bei diesem Spieltitel auch mal zehn Minuten Gameplay am Stück. Okay, das tut jetzt schon. Aber irgendwie hat er recht. Dann ab zur CV-Station. Ja, ab zur CV-Station, würd ich sagen. Gas, naja, hat sich leider vollständig. Wenn der Locker gibt, ist die Sicherheitskriege. Was zum Damm? Damm? Ach, der Damm ist es. Ich war da halt noch nie, aber wir gehen zum Damm. Irgendwie hin. Wie steht ihr so zu Milchschnitten? Übelgeil. Geil. Feier ich am meisten von diesen ganzen Sachen. Ja. Mit Maxi-King. Aber es... Genau! Genau! Ja, ja, ja. Endlich mal normale Menschen. Die ziehen auch ein Shirt unterm Pullover an. Ja. Milchschnitten sind... Ich verstehe das nicht. Was ist denn daran nicht normal? Ach komm. Du bist ja nur so. Ach komm, hör doch auf. Erzähl mir doch nix. So, ab durch Scheuntor. Eeeh! Ziele sind markiert und die Arbeiten. Schieb dir ne Platte in die Rüstung. For some money. Probier grad ne neue Auflösung. Mal gucken, wie die sowas... Full HD. Ich spiele mal 806 an. Mal gucken, wie die neue... Ich mach die neue Auflösung. Auf jeden Fall besser bauen. Äh... Jungs. So! Ja, so langsam bin ich drin. So langsam... Aber ich muss sagen, ich kam jetzt seit Dienstag nicht mehr dazu. Das Spiel nochmal zu... Äh... Zu ballern. So wie Amar gestern 12 Stunden. Äh... Aber ich hab hier jetzt nen Helikopter. Alter, geil. Ich hab noch keine Waffen. Geil. Ich hab... Ich kann dir eine geben, tatsächlich. Hier liegt das... Oh fuck! Granat! Nein! Was? Ich dachte... Wollte die markieren. Hier ist ne Waffe. Ich hebe ab! Hallo! Nichts hält mich am Boden! Alles blass und grau! Hallo! Ey, hier ist ne Waffe am Armer. Das ist geil, danke. Ich geh den Damm einfach weiter runter. Oh lol! Hier ist ein Job. Schön klasse, Schlag. Äh... Das klingt nicht so weit weg. Ja, dann bist du ja jetzt mal durch. Warte mal. In die Grafik-Setting. Ab durch den Ofen, ne? Äh, ich mein... Boah! Ich hab hier... Aber es ist der 1-8-7-Minz-Hocker. Ne, Minz-Hocker. Also... Ja, den müssen wir schon killen. Also, dass ich nicht, dass der frei rumlaufen darf. Da wär ich auch dafür. Guck mal, geh ich jetzt da voll hemmen. Wo ist der? Abfahrt. Wir hätten halt echt gerne nen Heli, aber... Brauchen wir ja auch keine. Abfahrt. Ja, einfach mal. Gut, geh deinen Loot weg. Danke. Gut. Totenstille. Geil. Totenstille, nice. Das ist gut. Alter, Hanno, willst du den fucking Heli nicht mitnehmen? Nein, ich mach den Jungen jetzt. Ja, mit dem... Können wir jetzt... Ah, okay. Es sind drei Leute, den mach ich jetzt. Hä? Du sitzt alleine da reingeladen? Ich hab jetzt auch keine Westen, alter, Hanno. Ich hab fünf Stück. Ich hab fünf dabei, die donate ich denen jetzt. Richtig fickrig, der Junge, ey. Da hab ich schon gelootet, Emma. Bin unterwegs. Der hat geschossen, ne? No, ja. Schweine, Schweinepriester. Echt? Okay, geh mal weg von mir, ich mach mal Totenstille an. Okay. Ach, da hinten, ne? Hier? Hey, ich bin auf dem Weg, da hinten. Das Wontot? Feindliche Drohne über uns. Was? Du wirst, wo wir sind? Ich hab einen genockt. Ich hab einen One-Shot. Das kommt, ihr Ziel wurde ausgeschaltet. Der ist da drin, ne? Mhm. Das Gas kommt. Hab den gleich. Ich hab den, alle tot. Nice. Oh, es ist halt A hinter mir. Oh nein, das Amar. Ich finde es so nice, dass man die Leute kurz hört. Das ist einfach das beste Feature. Man hört den inglein Voice-Chat? Wie witzig ist das denn? Als ob. Wie witzig ist das denn? Geil. Ja. 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 Ich hab mich am Dienstag immer so gewundert, was sie für Sounds machen. Ja, Mann. Ey, hat jemand nochmal 200 Euronen für mich? Alter, Hanno, du hast so gedacht. Okay, Leute. Komm mal kurz her. Komm mal kurz her. Hier ist einfach... Bitte vertrauen mir einfach und komm her. Okay, ja, 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 klar. Da liegt ein richtig krasses Sturmgewehr, ne? Wo ich markiert hab. Okay. Was soll ich shoppen? Guck mal. Mach mal her. Du kaufst erstmal Platten voll. Einmal für dich. Dann kaufst du dir Wiederbelebungskit. Ja, ja, stimmt. Das ist schlau, das ist schlau. Und dann kaufst du dir eine Drohne? Ja, das stimmt, das ist schlau. Ja, aber schon eine Ahnung. Und dann kaufst du mir nochmal kurz 500 Geld. Gerne, gerne. Alter, irre. Ja, Amar hier von ShoppingTV, ey. Aber hat er gut erklärt. Okay, ich hab auch 5, äh... Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen töten, find ich. Oh, die sind gar nicht mal so weit weg. Aber wie gesagt, die war krasse AR, ne? Hab ich markiert. Gehabt. Hier. Krasse AR, geil. Aufklärungsdrohne. Ah, komm, ich nehme das mit dem Tisch. Boah! Alles gut. So, ich... War nur ein Test. So, ich schick mal eine Drohne los. Das ist gut, dann auch immer einfach mitten im Weg stehen zu bleiben. Ja. Ich glaub, bei dir ist ein Gegner, Hanno. Nö. Du liebst. Nö. 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 Okay, von uns ist alles clear, ich sag's euch. Wollen wir den AMG nehmen? Ey, jetzt haben die gerade geschossen, wo ich die Drohne aus hier gemacht hab? Not sure. Glaub schon. Ich gehe. Ich fahr. Der geliest? Ich bin dabei. Let's go. N führt her mal. Drachenlord OG fragt schon den Kill gemacht heute. Er ist ein gutes Gesamtkonzept. Alter, hörst du den Motor, ey? Geil. Geil. Da kommen wir doch direkt auf die Schiene hoch. Ich bevorzuge, dass mit Fahrrad zu sein ist. Was tut es? Das ist klein, soweit weg. Ich bevorzuge, dass mit Fahrrad zu sein. Dauerts auf jeden Fall gut. Ich bin dabei. Zwei-Fahrer. Hallo? Kann man nicht schneller fahren? Mit dem nicht. Ich bin auf jeden Fall Akkommat, aber zu racen, ne? Häh? Hat jemand jetzt eigentlich die krasse AR mitgenommen? Ja, hab ich. Sehr gut. Für dich. Hast du eigentlich schon mal einen Sieg holt? Ja, klar. Okay. Hey, Junge, am Dienstag hab ich komplett rasiert. Hä? Und heute war ich bisher auch nicht schlecht. Kontakt! Warte, warte, warte. Warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte. Der ist so low. Ich geh mich einfach selbst. Hä, nee, der ist dumm. Oh mein Gott. Dann hast du das jetzt gleich nicht mehr. Ach so, stimmt. Das hat man nur einmal, ne? Hier ist, glaub ich, noch einer. Ich hab da so ein Leuchten gesehen, so ein Sniperleuchten. Ja, ja, den hab ich. Das ist noch eine Gasmaske. Will ich doch jemanden haben? Ich hab ihn nicht, aber... Hey, jetzt hab ich ihn. Ey, bist du der Beste oder was? Hä? War der genug? Hast du den Air-Drop geholt? Nee. Der liegt einiges an Stuff. Ey, wie hatte der so gute Waffen und hat mich nicht gemacht? Holy shit. Hier ist auch ein Auftrag. Kopfgeld. Oh, da hinten ist einer. Hä? Hab einen? Du bist voll nah dran. Ist das Thermal oder was ist das? Was denn? Guck mal. Ja, das ist Thermal, aber das ist weg gerade irgendwie. Und wo seid ihr denn? Ich bin hier rein. Eigentlich sollte das normal Thermal sein. Wie mach ich das weg? N? Männer, hier ist ein Gegner. Ja, aber wo? Ich deck die auf. Da tut sich was. Okay. Ich hab da einen genockt. Und auch gefinisht. Ja, ja. Aber... Ich glaube, er hat Verbündete im Busch. Bin mir nicht sicher. Ich hab Angst. Warte auf eure Unterstützung. Über die Flames. Oh! Oh, ohne Spaß. Tschüss. Bin ich jetzt nicht so nett. Wie soll ich dir denn helfen? Ich seh doch nix. Ich will mir bei der Ausrüstungslieferung was holen. Lass dich mal pushen da drin, oder? Komm. Ich fahre. Hä? Hä? Wo ist denn meine Car? Hier kommt ja einer runter. Hab ich. Okay. Mal da was da... Er hat irgendwas gelabert. Man hört den immer, egal wo man ist. Das ist insane. Wie... Das ist ja witzig. Schauts? Da hinten. Hit. Ich snipe zurück, oder? Kann ich markieren? Hab ihn einmal. Hab ihn einmal. Rüstung down. Ich geh close, Hanno. Können wir Auto Drive-by machen? Ich hab einen Hitted von denen. Loll. Ja, aber war im Gebäude nicht einer? Oder haben wir den jetzt? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass... Lass Auto Drive-by machen. Ja. Bin drin. Ich muss wieder fahren. Warte. Hey, die Waffe ist legendär. Komm, komm, der Buggy. Ich nehme einfach zwei Autos. Ich werde fahren. Echt, was geht's snipen? Ja, das ist der Typ. Ja, das sind die. Wir fahren einmal drüber rum. Ja, ist nur einer, glaube ich. Also, glaube ich. Nicht die Bäume. Wallah. Der liegt da, der liegt da. Und links ist auch noch einer von mir. Drei Leute. Drei Leute. Das ist nicht nur einer. Einer ist am Zug hier vorne. Rein, rein, rein. Komm. Hab einen. Nein, der andere hat mich... Ich hab auch einen. Ja, nice. Das war der. Oh mein Gott. Hab ihn. Hab ihn. Alter. Max hinter dir. Hey, das Thermalsicht-Ding, das will ich immer. Das ist geil. Das ist komplett OP. Riesenschwarz-Weiße. Was muss ich dafür machen? Hat jemand Schild? Gönnt euch Loot. Ich hab ultra viel. Wir müssen shoppen, ne? Ja. Ist eine Gasmaske. Da vorne war doch so ein Shop-Ding, wo wir gerade hergekommen sind. Danke. Okay, die haben wir... Das war ein Zugriff. Das war ein richtig geiler Zugriff. Holy shit. Warum stream ich nicht? Das wäre ein Stream-Highlight. Fuck. Direkt wie der Content kam. Ja. Ich bin noch... Ich bin noch so ein bisschen... Ich muss mich noch so ein bisschen einfinden, damit ich genau immer weiß, was ich brauchen will und so, damit das Looten schneller geht. Dafür muss ich einfach noch mehr pumpen. Ich muss mehr zocken. Ey, wo ist mein AMG? Ich hab ihn komplett schlackgefahren, den Typ. Ey, wo ist mein AMG? Oh, hört er das? Ja. Das ist der Feind. Oh, ich seh ihn. Doch nicht. Ich witter ihn. Da? Sicher? Hast du ihn da gesehen? Ne, ich witter ihn. Achso, ja. Ich hab ne Drohne auch. Weil ich hab hier, äh, Dingssicht, ne? Radiosicht, also... Ne, 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 ne... Wir müssen... Eh, move, ne? Zone. Stimmt. Alter, du hast ne super Radiosicht. Hast du... Meine, meine Thermal sieht ganz anders aus. Ja, deswegen ist der Radiosicht. Nein. Warte, ich kann auch machen. Abfahrt. Ich würd grad sagen, Alter. Ach, schlicht. Wenn man drei gleichzeitig anmacht, ne, hat man, äh, dann hat man, äh, hier, wie heißen das nochmal, kontinuierliches Radar, wo man ganz genau sieht, wo die sind, also mit Bewegung. Oh, lol. Drei, drei Stück oder auch schon bei... Was, bei zwei? Ne, ne, nur drei Stück. Ja. Hey, die sind doch gar nicht. Hä? Haben wir jetzt auch schon ein Ding gekauft, ne? Ach, doch. Aber wir müssen... Wir gehen weiter, oder? Wir gehen weiter. Ja, ja, ja. Wir müssen ja auch... Waren nicht... Wenn wir late fortieren und dann gefeitet werden, das ist kacke. Äh. Lass uns, äh, ganz kurz... Lass uns mal Planänderungen ein bisschen nach rechts halten. Ja, ja, links. Ja, damit wir... Ja, ja, vom Rand reinrutschen ist, äh, besser. Als da jetzt quer reinzulaufen. Seh, seh. Schau mal ne Drohne an. Es gibt alles so... Alter, wir hatten sogar drei Drohnen. Ich hatte auch noch eine. Ja, aber war eh keiner. Hätte sich ja nicht gelohnt. Ah, tschu. Könnt ihr da rechts nochmal zum Shop? Guck mal, hier. Ja, Mann, stimmt. Dann können wir uns nochmal irgendwie Airstrike oder so kaufen. Meint ihr? Wir sind noch ein bisschen weit weg, ne? Also ich glaube, Drohne ist echt am besten fast, ne? Drohne ist gut. Also ich geh straight. Hoffentlich. Zone ist direkt hier. Ich mach auch ne Drohne an. Ich kaufe mir nochmal ein paar Shields. Hier müssen da noch welche für dich liegen jetzt. Hier, guck mal. Ich kaufe mir auch nochmal ne Drohne. Hier ist noch mehr Panzerung. Hast du Full Shield? Ja, ja. Du hättest dir Dings kaufen sollen. Selbst. Ich hatte nur 2,5. Hätte dir Geld geben können. Ach, shit. Das hab ich auch. Da vorne ist noch ein Shop. Hier, ich geb dir, ich geb dir Geld gleich. Geil. Und Sugar Daddy. Ehre. Okay, okay, okay. Kauf mir das selbst, mach's selbst. Ey, hier ist einfach ein... Oh, jetzt, jetzt empfängt meine Drohne, was? Ja? Ja. So, hier, warte. Ich hab dir Geld. Ehre, ehre, ehre. Hier ist ein Händler, falls ihr was braucht. Ja, bitte mir. Oh, 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 oh. Danke. Sollte reichen. Kann ich hier aufs Dach und so ein bisschen... Danke. Nee, wir sind noch gar nicht in den Dings. Feindliche Drohne über uns. Oh, shit. Drohne erreicht Einsamgebiet. Soll wir direkt in die Zone? Ist aber weiter weg. Ist super weit weg, ja. Wir können hier rechts hin, auf das Hügelchen. Ja, genau. Immer schön high ground, Jungs. Ja, die sind alle so links, ne? Da, wo wir eigentlich reingelaufen wären, wenn wir nicht nach rechts gelaufen. Aber wir sehen die sogar auf der großen Map. Wenn du da mal reingeht, auf die Map gehst, der großen siehst du, wo die sind. Da vorne. Das stimmt. Aber einige haben auch Geist, ne? So ist nicht. Ach, stimmt. Wollen wir erst mal bleiben? Lass dir erst mal bleiben, oder? Schön am Zone ran. Ja. Und wir wissen, wo die Gegner sind. Sind alle vor uns. Ich gucke noch mal ein bisschen hinter uns. Vielleicht kommt da ja noch was. Glaube ich nicht. Höchst du mit dem Auto? Da übelst. Du streamst aber in letzter Zeit häufiger, Hanno, ne? Dienstag und Donnerstags. Ja. Ist auch häufig. Zu vorher. Nicht so oft. Ja, ja, ja. Der Gas breitet sich aus. Direkt muss. Halte, direkt über rechts. Komm. Oh, geil. Der Gas breitet sich aus. Lass selber rechts machen, weil sonst laufen wir den ins links. Wir haben ja kurz. Der Gas ist breit. Yes, yes. Wieder eine Drohne. Sag mal, das geht ja hier richtig ab langsam. Das ist halt. Hat jemand noch eine Drohne? Ich habe noch eine. Ja, brauchen wir jetzt noch nicht. Wisst ihr das, wie das ist hier mit dem Warzone Twitch Rivals? Ist das Solo oder muss man sich als Team qualifizieren? Achso, kommt da eins? Ja, ja. Ist schon. Ich kann den Link gleich schicken. Da gibt es so ein Registration-Ding. Das Gerät. Aber ich konnte irgendwie nicht rauslesen, ob das Solo der Team ist. Weil bis jetzt ist es doch eigentlich immer Solo gewesen. Und dann wird mir doch zusammengewürfelt. Aber da steht was von Teams halt. Ja, Twitch Rivals. Twitch Rivals ist oft Teams. Ja. Wollen wir noch weiter rechts? Ja. Naja, ich würde hier vorne einfach in die Lager halten. Oder oben auf den Berg. Das ist noch geiler. Ja, lass den Berg. Wird auch mehr reinlaufen, weil die kommen ja jetzt alle hier von hier. Ja, ja. Fighten auch alle. Hört an, ne? Ihr hört das. Ihr hört das. Feindliche Drohne. Mach mal auch eine an jetzt. Wenn wir hier reinpushen. Nee, oder? Wenn wir hier reinpushen? Wenn wir den Bereich haben, brauchen wir Drohne nicht mehr. Na gut, ich mach dir eine an. Gar keiner weit und breit, ey. Alter, voll, direkt wo wir hinlaufen, ne? Naja. Aber ich würde sagen, wir müssen erst mal links wegmachen. Hier sind Gegner drin. Ich bin unterwegs. Aber ich bin eigentlich so hintenrum hier auf dem Berg, oder? Ich geh hier lang. Ich würde da die Leute erst mal wegmachen. Ich geh hier entlang. Da ist einer. Alleiner? Ich versuch den gerade irgendwie zu checken. Seh den nicht. Ja. Ich seh den nur auf der Map halt. Der chillt da hinter dem Berg anscheinend. Hey, ich bin auf dem Weg dahin. Sind wir dahin jetzt? Wollen wir? Na gut, dann. Boah. Hast du noch eine Drohne in Flames? Nope. Nothing. Drops sind aus, aber Dropshots sind on. Die Drohne lieber immer aufheben, Leute. Ist doch klar. Doppelklang. So, waren hier welche Close? Close? Wollen wir jetzt auf Schluss eine Orbi haben, ey. Hier ist einer? Ja, ich seh den. Der ist hinter das Hoppe, ja? Ich seh den. Oh, der wurde übergefahren. Auto ist jetzt genau da dran. Dahinter. Ah, lol. Ja, wir können ja erst mal bleiben. Wir können ja erst mal bleiben gucken, was passiert. Wir gucken, was passiert. Wenn ich immer doppelt rede, ist es intens. Wenn ich immer doppelt rede, ist es intens. Nicht zu dritt an einem Baum. Nicht zu dritt an einem Baum. Hier ist ein Auto. Seht ihr das? Nicht schießen, nicht schießen. Die steigen aus, dann holen wir die, yo. Die sind da rein. Die sind da rein. Ab ihn. Gulasch geschlossen, du auch. Links ist aber auch einer gerannt, glaube ich, an den Berg. Der ist down, der ist down. Wir müssen auch bedenken... Mach hier, mach hier, mach hier. Hab ich markiert. Jedes Mal, wenn wir schießen, werden wir auf der Map angezeigt. Hinter uns auch welche? Ah, nee, doch nicht, doch nicht. Da tut sich was. War eine Laterne. Ich hab einen genockt. Da hinterm Bauch... Äh, hinterm... Was auch immer das ist. Ich bin unterwegs. Feindliche Drohne über uns. Ich hab noch einen gecrackt. What the fuck? Wie oft crack ich die? Ich hab sie. Marcel, geh mal weiter über rechts. Ich hab sie. Ja. Nee, du hast zwei. Den einen hab ich. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne, ey. Jetzt müssen wir aber... Oh, Weyer. Lass mich weiter pushen. Oh, links ist einer außerhalb. Wollen wir den abfangen? Links auf jeden Fall, ja. Lass ihn abfangen. Marcel, komm wieder her. Komm, komm, komm. Oh, er sagt dreimal. Ist intens. Das Gas kommt. Da ist er. Hab ihn. Ich finish ihn für dich. Ich muss mich nicht gesniped werden, ey. Gedowned. Also ist gefinished. Brauchen wir noch welche, Engo? Warte, das war jetzt nicht mein Kill. Der, der finisht, kriegt den Kill? Ja, aber nee, ich hab ihn nicht finishen lassen. Ich hab nur ihm kurz einen Hit gegeben. Sehr gut. Warte mal, da schießen noch mehr. Lass ihn erst mal wegmachen. Einer muss nach rechts gucken. Kann einer nach rechts gucken? Marcel, du guckst nach rechts. Geh, ich geh, ich geh gerade hoch. Du guckst Richtung Berg. Die rennen jetzt aus dem Gas. Ja, Marcel, jetzt drohnen. Du musst echt jetzt achten. Ich hab keine Drohne. So, da ist einer. Da ist einer. Er wird neu gehütet. Ist down. Ist down. Ich könnte einfach mit einem Helikopter Kamikaze-Flug machen. Alle weg, da ist er. Da ist einer. Hab ihn getrackt. Genau da. Nice. Hab noch einen. Nice. Ich bin hier oben auf dem Ding. Ich halte jetzt ein bisschen. Die sind alle weg. Lass hoch zu Marcel. Lass hoch zu Marcel. Der ist eh weg. Der ribbt. Der ribbt. Und die sind hier alle. Ey. Ich hab ihn über den Kopf in der Map geschottet. Oh, der fuck. Pass auf, pass auf. Lass ihn schnell in die Zone und die alle wegkaspern. Ich glaube, ich safe weg. Lass ihn im Shop Drohnen holen. Dreier Drohne. Dreier Drohne. Dreier Drohne, komm. Tipp. Kann ich nicht? Hä? Ich hab kein Geld. Ey, im Flames hat so viel Geld. Komm, ich komm, ich komm. Wo ist der Shop? Kauf hier ein. Kauf hier ein. Kauf nur Drohnen und setz sie direkt ein. Drohne setzt direkt ein. Drohne und jetzt direkt einsetzen. Und dann wieder kaufen. Da ist einer im Fenster. Der will. Mal wieder einkaufen. Das ist nur noch ein Dreier-Team. Jetzt müssen wir eine Orbi haben, ne? Ich hab drei gemacht. Die sind alle da drin. Die sind alle da drin. Kauf mal Luftschlag. Kauf mal Luftschlag jetzt. Balla da rein. Gas kommt. Wir müssen leider auf die drauf pushen. Auf das Haus da, ne? So hinten dran, maybe. Ja. Oh, ach du. Ich hab das Fenster. Ich hab das Fenster. Ich guck da auf. Ich auch. Drei Leute, du bist ein Hit. Okay, pushen, pushen, pushen. Okay, hält ihr drauf? Haltet ihr? Hält einer drauf? Ich bin ein Stück runter. Ich bin ein Stück runter. Ich halt die ganze Zeit drauf. Ich hab nur das Windein gerade. Okay, ich laufe. Hä? Achso, die linken Winkel hab ich nicht. Können mich durch den Baum drücken, was? Nein! Scheiße! Der ist links raus. Links aus dem Haus raus. An dem Drop. Ist jetzt bei mir. Die pushen dich ja mal. Scheiße. Keine Chance. Oh, nein! Selbst wieder blieben. Ach ja, wie? Wie, 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 wie? F! Okay, Soldat. Markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Der Sieg ruht auf deinen Schultern. Beende die Mission. Oh mein Gott. Oben. Ist der letzte. HENNO! Du bist es! Du bist es! Was? Nein, nein. Nein. Ab in die Rüstung. Du musst dich finischen doch. Ich weiß. Oh mein Gott! HENNO! Du bist das! Das ist doch krank! Was? Alter! HUSCH! Willst du mich verarschen? Du hast gerade den Klatsch deines Lebens gemacht. HENNO! Seht ihr das, Freunde? Im Namen des Vaters des Heiligen Geistes. Seht ihr den? Das ist richtig krass! Versteht ihr das? Amen! Ach, du Heiliger! Ist das gerade passiert? War live dabei, Jungs! Leute! Das werde ich meinen Kindern erzählen. Steht ihr das? Steht ihr das? Ja, also... Wie zur Hölle hast du das geklatscht? Und was zur Hölle ist das für eine Waffe gewesen? Hast du die gesehen, die Waffe? Ja, welche ist das? Ich habe keine Ahnung, Leute! Leute, welche Waffe war das? Ich muss mir die genau so nochmal bauen! Ja, aber ich will jetzt auch eine Waffe bauen. Ich brauche dieses Thermal, das ist krank, ne? Boah! Wieso habe ich noch zwei Kinds? Habe ich noch nie so Justus gefühlt. Alter, Marcel!